Die Bundesschuld steigt Ende 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4,6%. Dies ist in erster Linie auf die anhaltende Erhöhung Finanzierungsbedarf aufgrund der Pandemie, Situation letzten Jahres und aktuellen Energiekrisen zurückzuführen, Statistiken schreiben. Dies ist hauptsächlich auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zurückzuführen. Im vergangenen Jahr wurden die Folgen der Energiekrise ausgeweitet, Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017